Eine Joomla-Website umziehen. Wenn du deine Joomla-Website umziehen möchtest, hast du bestimmt einige Fragen, mit denen du dich gerade beschäftigst. Und genau aus diesem Grund habe ich dieses Video für dich aufgenommen. Ich kenne jetzt natürlich nicht deine persönliche Situation und weiß nicht, ob du einen Domainwechsel durchführen möchtest oder ob du deinen Serverumzug geplant hast. Dieses Video ist allerdings dafür gedacht, um dir grundlegende Informationen zu geben, wie du grundsätzlich an diese Sache herangehst. Und damit, dass du bestimmte Fehler vermeidest, die du sonst vielleicht durchführen würdest. Ganz klar, dieses Video ist ein theoretisches Video, in dem ich dir anhand einer Präsentation das Ganze zeige. Praktisch ist das einfach nicht möglich, dass ich dir live einen Umzug zeige, da jeder Webserver anders funktioniert, jeder Hosting-Anbieter anders da ist und es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten hat. Trotzdem bitte ich dich, dieses Video sehr ernst zu nehmen, denn ich werde dich vor einigen Fehlern bewahren, die du nicht machen solltest. Du bekommst einige Grundlagen, was du beachten musstest, beachten solltest, wenn du einen Domain- oder Serverwechsel durchführst. Dann zeige ich dir, wie du eine manuelle Datensicherung durchführst und es ist ganz wichtig, dass du das manuell machst, dass du eine eigene Sicherung bei dir hast, falls bei dem Umzug irgendetwas schief gehen sollte. Und ich zeige dir die grundsätzliche Vorgehensweise, wie du Joomla mit einem Plugin umziehst und wie du Joomla manuell umziehst. Gut, vorab noch ein kurzer Tipp, das Ganze, was ich dir hier zeige, dieses Video und ein Text mit Screenshots, findest du noch einmal auf meiner Website oliverpfeil.de slash joomla-website-umziehen. Gut, eine Datensicherung, wieso ist das so wichtig? Wenn du beispielsweise Joomla mit einem Plugin umziehst oder mit einem Plugin eine Datensicherung machst, dann weißt du ja nie so genau, was macht dieses Plugin im Hintergrund. In der Regel funktioniert das, keine Frage, aber falls es doch irgendwo zu einem Problem kommt, bist du sehr, sehr dankbar, wenn du eine saubere Datensicherung hast. Wie funktioniert das? Zum einen musst du die Datenbank sichern und du musst die Ordner- und Dateistruktur sichern. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt in diesem Video. Der erste Schritt besteht darin, deine Datenbank zu sichern, da du meldest dich dazu einfach in der PHP My Admin Konsole ein und sicherst dann deine Datenbank, indem du hier auf Exportieren klickst und dann ganz einfach auf OK. Dann wird deine MySQL Datenbank exportiert und dann hast du diesen einen Bereich bereits abgeschlossen. Der zweite Bereich besteht darin, dass du die Ordner- und Dateistruktur sicherst. Das ist jetzt ein Beispiel anhand meines FTP-Programms FileZilla. Das empfehle ich dir auch, dass du FileZilla verwendest und hier markierst du einfach auf dem Server die komplette Datei- und Ordnerstruktur und kopierst sie in einen gewünschten Ordner auf deinen Computer. Und damit hast du die Datenbank gesichert, ich schreibe es dir nochmal kurz auf über die PHP My Admin Oberfläche, das ist die sogenannte MySQL Datenbank und die Ordner- und Dateistruktur kannst du mittels FTP sichern und das Programm dafür nennt sich FileZilla. Gut, wenn du das erledigt hast, hast du schon mal das Wichtigste, denn falls es irgendwo zu einem Fehler kommt, kannst du alles wieder zurücksetzen. Hier noch ein paar vorbereitende Maßnahmen. Wenn du das Ganze umstellst, brauchst du natürlich als erstes den neuen Server. Dann kommt es jetzt darauf an, verwendest du eine neue Domain, dann musst du die neue Domain registrieren. Möchtest du die Domain umziehen, musst du als erstes einen Domain-Umzug machen und dazu gibt es einen sogenannten Out-Code. Das ist ein Autorisierungs-Code, das heißt, wenn du deine Domain umziehst, musst du bei deinem alten Hosting-Anbieter diesen Out-Code anfordern, damit du bei deinem neuen Anbieter diese Domain wieder registrieren kannst. Das nur so am Rande. Dann solltest du dir Gedanken darüber machen, ob du bei deinem alten Server E-Mail-Adressen hinterlegt hast, die du verwendest, denn das möchtest du ja wahrscheinlich auch umziehen, dass du dir auf jeden Fall mal die Einstellungen sicherst, welche E-Mail-Adressen du hattest und gegebenenfalls mit einem Programm wie Outlook oder Ähnlichem deine E-Mail-Adressen exportierst. Falls du individuelle Surfer-Einstellungen gesetzt hast, solltest du dir auch diese sichern, denn diese musst du ja bei dem neuen Server wieder stellen. Ein Beispiel dafür wäre, wenn du irgendwelche MX-Records oder R-Records gesetzt hast. In der Regel ist das nicht der Fall, aber falls du so etwas irgendwann mal gesetzt hast, solltest du dir das notieren, denn wenn diese notwendig sind für irgendwelche Programme, für irgendwelche Schnittstellen, dann funktioniert das natürlich nach dem Umzug nicht mehr. Und der letzte wichtige Punkt ist die Datensicherung, aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Gut, wie gehst du vor, wenn du Word, wenn du Jumler manuell umziehst? Als erstes musst du die gerade genannten vorbereitenden Maßnahmen durchführen, das ist klar. Dann erstellst du bei deinem neuen Server eine Datenbank und importierst den Inhalt der Datenbank, die du ja zuvor exportiert hast. Der zweite Schritt besteht darin, dass du die Ordner- und Dateistruktur, die du dir heruntergeladen hast, auf den neuen Server lässt. Und der vierte Punkt besteht darin, dass du den Ordner mit der Domain verknüpfst. Dein neuer Hosting-Anbieter weiß ja nicht, in welchem Ordner auf deinem Web-Server du die Ordnerstruktur hochlädst und entsprechend musst du in einer Einstellung bei deinem Hosting-Anbieter Ordner und Domain miteinander verknüpfen. Wo das genau ist, kann ich dir jetzt nicht sagen, denn ich kann dir hier kein Beispiel von 100 verschiedenen Anbietern zeigen. Wenn du nur den Server umziehst, bist du damit dann fertig. Falls du auch die Domain umgezogen hast, also einen Domainwechsel durchgeführt hast, dann musst du natürlich noch die einzelnen URLs ändern. Das musst du dann in den Einstellungen von Jumla setzen. Umzug mit Hilfe eines Plugins. Dazu empfehle ich dir das Plugin Akeba. Wir können auch kurz die Website besuchen. Akeba. Und hier gibt es mehrere Dinge. Akeba für WordPress und für Jumla. Wir wählen natürlich Jumla. Und hier gibt es One-Click-Backups und so weiter. Und hier gibt es auch die Möglichkeit Migrate your site to a different server. Move it to a different location und so weiter und so fort. Das heißt, du hast mit diesem Plugin die Möglichkeit, Jumla sehr einfach umzuziehen. Und gerade wenn du eine Domain auch änderst, dann kannst du das darüber einfacher machen, weil im Hintergrund dieses Plugin einige wichtige Einstellungen für dich setzt und die URLs ändert. Wie gehst du hier vor? Als erstes natürlich wieder die vorbereitenden Maßnahmen durchführen. Du kennst diese ja jetzt. Dann installierst du bei deiner aktiven, aktuellen Jumla-Installation Akeba-Backup. Mit Akeba-Backup erstellst du ein Backup und lädst dieses herunter. Dann lädst du dir Akeba-Kickstarter herunter. Das zeige ich dir auch kurz. Das werden wir hier im Download-Bereich finden. Hier Akeba-Kickstart. Das ist das hier. Denn das brauchst du dann dafür, dass du diese Migration startest. Als nächstes lädst du diese Kickstarter-Datei und das Backup auf den neuen Server in den Ordner, den du quasi verknüpft hast mit der Domain. Dann startest du die Kickstarter-PHP und damit startest du den Umzug. Dieses Plugin fragt dich dann diverse Sachen, welche Einstellung du setzen möchtest, auf welcher Domain das Ganze dann stattfindet. Dort folgst du einfach der Installationsroutine und kannst das entsprechend umsetzen. Gut, jetzt sind wir die einzelnen Dinge durchgegangen, wie du Joomla manuell umziehen kannst, wie du es mit einem Plugin umziehen kannst. Die vorbereitenden Maßnahmen, diese sind ganz wichtig. Und als letztes habe ich hier nochmal den Link für dich, wenn du dir das in Ruhe noch einmal ansehen möchtest. Ich speichere ihn dir einfach in den Lesezeichen, dann hast du ihn immer zur Verfügung, wenn du beim Umzug eine Frage hast oder irgendwo hängst. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video einen Einblick geben konnte, wie du Joomla gut umziehen kannst. Dass ich dir damit ein paar Tipps geben konnte und dir damit das Leben und den Umzug erleichtere und Zeit spare. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Umzug. Wenn du noch Fragen hast oder etwas unklar ist, besuch meine Website und dann wird das mit Sicherheit funktionieren. Viele Grüße und viel Erfolg bei deinem Umzug. Oliver Pfeil Löschen Marief 福 Jesús entend apg